Ebreichsdorf Ebreichsdorf ist eine Stadtgemeinde im südlichen Wiener Umland im niederösterreichischen Industrieviertel. Hintergrundortschaften in der Gemeinde sind Ebreichsdorf Schranerwand Unterwaltersdorf Weigelsdorf. Mit dem Flugzeug Flughafen Wien schwächert, mit dem Auto über die B9 nach Fischermend, dort auf die B60 abbiegen. Mit dem ÖV nimmt man am besten einen EZ-Zug nach Wien Hauptbahnhof oder Wien-Meidling und steckt dort in die S-Bahn-Linie S60 nach Wiener Neustadt, über Portendorf, um. Mit der Bahn Ebreichsdorf liegt an der Portendorfer Linie. Etwa 300 Meter südöstlich vom Hauptplatz. Er wurde im Jahr 1871 zwei Geschossig aus Loreto Sandstein errichtet. Die S-Bahn-Linie S60 hält sowohl in Ebreichsdorf wie auch in Weigelsdorf, Bruck an der Leiter, Himberg, Wien-Hauptbahnhof, Wien-Meidling, Portendorf, Ebenfurt, Wiener Neustadt-Hauptbahnhof. Regional-Express-Züge nach Deutschkreuz, über Ebenfurt und Schopron, halten ebenfalls in Ebreichsdorf, aber nicht in Weigelsdorf. Sie starten ebenfalls in Wien-Hauptbahnhof. Einige Kurse beginnen bereits in Bratislava-Peter-Salka und halten auch in Kitzsee, Parndorf, Bruck an der Leiter. Fahrzeit Abwien-Hauptbahnhof nach Ebreichsdorf ca. 30 Minuten, Regional-Express, bzw. 45 Minuten, S-Bahn. Fahrpreis Abwien-Meidling, zwei Zonen des Vor-Verkehrsverbund-Austregion, das sind 4,40 Euro, Stand Dezember 2015. Abwien-Hauptbahnhof ist eine weitere Zone zu zahlen, wenn man keine Netzkarte für die Kernzone 100, Wien, hat. Auf der Bahnlinie Gramat-Neusiedel, Unterwaltesdorf, Wampersdorf findet Stand 2015 kein Personenverkehr statt. Mit dem Bus ab Hauptplatz befindet sich ein Umsteigeknoten für Regionalbusse des Vor-Verkehrsverbund-Austregion. Folgende Linien halten dort. Linie 200, Wien-Hauptbahnhof, Eisenstadt-Domplatz. Linie 215, Mödling-Bahnhof, Ebreichsdorf-Hauptplatz. Linien 466, Baden-Krankenhaus, Landeck. Linien 566, Wien-Hauptbahnhof, Eisenstadt, Mörbisch, Rust. Linien 570, Baden-Josefsplatz, Unterwaltersdorf, Deutsch-Brodersdorf, Leiter-Brodersdorf, Eisenstadt-Domplatz. Auf der Straße Südostautobahn, Ausfahrt 5 Ebreichsdorf-Nord, Halbanschlussstelle von nach Wien, empfohlene Anfahrt ab Wien, Ausfahrt 9 Ebreichsdorf-West-Ausfahrt 13 Bottendorf, empfohlene Anfahrt ab Schopron-Eisenstadt, Südautobahn, Ausfahrt 21 Baden, weiter über die B210, empfohlene Anfahrt ab Graz. Ehemalig Oedenburger Bundesstraße, Wien-Favoriten, A23, Leopoldsdorf, S1, Achau, Münchendorf, Ebreichsdorf, Wimpasching, Wulka-Brodersdorf, Klingenbach, Schopron. Ehemalig Leiter-Bundesstraße, Wiener Neustadt, Ebenfurt, Bottendorf, Weigelsdorf, Götzendorf, Schwardorf, Fischermend. Ehemalig Badener Bundesstraße, Alland, A21, Helenenthal, Baden, A2, Oeynhausen, Oberwaltesdorf, Ebreichsdorf. Sehenswürdigkeiten siehe auch Wikipedia, Liste der denkmalgeschützten Objekte in Ebreichsdorf. Schloss Ebreichsdorf, Wasserschloss, errichtet ab 1294, zerstört bei der Türkenbelagerung 1529 und danach im Renaissance-Stil auf einem Bastionierten-Fünfeck inmitten eines Teiches errichtet. Der Zugang erfolgt über eine dreibogige Steinbrücke. Der englische Park ist mit einer Mauer eingefasst, stadtseitig frühklassistisches Prachtportal. Schlossplatz 1 bis 3, Ebreichsdorf. Erstmals erwähnt 1499. Bei der zweiten Türkenbelagerung 1683 zerstört, danach Wiederaufbau als Barockschloss. Englischer Garten mit Teichen, Wasserläufen, Hügelinseln und Brücken. Wiener Neustädter Straße 7, Unterwaltersdorf. Gotischer Sakralbau mit romanischem Kern. Westdurm mit Zwiebelhelm, errichtet 1784, Barock. Romanischer Chorquadratsaal aus der Mitte des 12. Jahrhunderts, Umbau im 14. Jahrhundert zu einer Wehranlage. Vom 17. bis zum frühen 20. Jahrhundert weitere Zu- und Umbauten. Kirchengasse 6, Unterwaltersdorf. Beziehungsweise Langsche Cartoon Fabrik, Fabriksgebäude, errichtet 1773. Nach der Schließung 1832 Bürgerversorgungshaus und Mitte des 19. Jahrhunderts Umbau als Wohnhaus. Hauptplatz 20 bis 22, Ebreichsdorf. Späthistoristischer Bau, errichtet 1908. Heute Bürogebäude. Wiener Straße 3a, Ebreichsdorf. Ehemalig Textilfabrik Regner und Drücker, errichtet 1902. Rathausplatz 1, Ebreichsdorf. Aufstockung der Volks- und Hauptschule im Jahr 1926 durch Siegfried Theiß und Hansjaksch im konstruktivistischen Stil, Zubau des Turnsaales mit Holzrippengewölben 1927. Schulgasse 6, Ebreichsdorf. Ehemalig Baumwollspinnfabrik Fischerpark, biedermeierliches Fabriksensemble bestehend aus Produktionsgebäuden, Herrenhaus, Arbeiterwohnhaus und Gärtnerhaus. Schiewitzhoffenstraße 1, 2 und 3, Weigelsdorf. Aktivitäten Einkaufen Im Museumsschub der gläsernen Burg, Weigelsdorf, kann man lokale Glaserzeugnisse kaufen. Am Hauptplatz von Ebreichsdorf gibt es einige kleine Geschäfte. An der Wiener Neustädter Straße zwischen Ebreichsdorf und Weigelsdorf gibt es einige größere Supermärkte, Billa, Eurospar, Hofer, Lidl sowie ein kleines Fachmarktzentrum mit DM, Kik, Libro, NKD und Treno. Kaffeehäuser Restaurants Ausflüge nach Baden, Eisenstadt oder an den Neufeldersee. Schloss Lachsenburg